Und somit ein herzliches Willkommen zurück hier zu Let's Play Plague Inc. Und zwar heute mit dem Szenario, wen kümmert's? Die wachsende Beliebtheit von Reality TV in wohlhabenden Ländern lenkt die Menschen ab und führt dazu, dass sie sich nicht mehr dafür interessieren, wenn Krankheiten in armen Ländern ausbrechen. Ein Rückgang von finanziellen Hilfen hat bedeutende Auswirkungen auf die Überwachungsmöglichkeiten armer Länder und schränkt ihre Fähigkeiten ein. Landesweite Seuchenausbrüche frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen. Wen kümmert schon, was mit armen Menschen passiert? Ja, uns wahrscheinlich gerade nicht, denn wir wollen ja dafür sorgen, dass alle sterben. Ich glaube, wir nehmen heute einfach mal den Pilz, weil ich Bock drauf habe irgendwie. Und überlege gerade, was wir nehmen könnten. Mutationsbonus wäre vielleicht ganz in Ordnung für den Pilz. Ansonsten nehmen wir halt noch den Luftbonus rein, denke ich mal. Den Stadtbonus in meiner Gedöns ist auch gut, alles super, das lassen wir alles drin. Das Ganze machen wir auf normal und lennt das Ganze, weiß ich nicht. Luzion, Luzion, äh, pff, Pilzus, Luzion Pilzus nehmen wir. Willkommen, deine Wahl, Pilz. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Löschte die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus Stadtgebiet Weden. Saudi-Arabien. Ja, wie kann es anders sein? Wir nehmen natürlich Saudi-Arabien und werden natürlich hier ein bisschen vorspulen. Luzion Pilzus ist ein Pilz. Ja, echt jetzt. Pilzspuren können nur schwer große Distanzen zurücklegen. Um neue Länder zu infizieren, musst du deshalb die Pilzspurenfähigkeiten weiterentwickeln. Dazu kommen wir später, liebe Leute, falls sich der eine oder andere nicht an den Pilz erinnern kann hier. Aber ja, wir werden das Ganze mal ein bisschen vorspulen natürlich hier. Am Anfang passiert da noch nicht allzu viel. Und beim Pilz muss man da nicht darauf achten, dass man am Ende noch genügend, ähm, DNS-Punkte hat, denke ich. Um halt ordentliche Symptome reinzuböllern. Ja. So, wir gehen erstmal auf Wind und Wasser. So geht die Luzion immer vor, mit Wind und Wasser, liebe Leute. Das wisst ihr, ja. Und anscheinend sind die armen Länder ganz anfällig für Ansteckungen. Das sollten wir vielleicht ein bisschen ausnutzen, diesmal. Und direkt auch mal auf arme Länder gehen hier. Was denkt ihr, ne? Ist doch eine gute Idee. Und das heißt, einfach abwarten, wie immer. Bisschen laut die Musik heute, ne? Boah, da kommt nur mir das so vor. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist mein Ziel heute mit euch, das hier zu schaffen. Und das, wie es ausschaut, ja, wenn wir alles natürlich ordentlich durchbekommen, ist das tatsächlich schon die vorletzte Folge von Plague. Husten entwickelt. Das müssen wir natürlich direkt zurückentwickeln. Ja, tatsächlich die vorletzte Folge, wenn wir alles gut durchbekommen. Und krass, wie groß das Projekt noch generell geworden ist. Ich dachte ehrlich gesagt, dass es nicht so groß wird. Über 40 Folgen ist schon was, ist schon was Happiges. Aber, ja, alles hat mal ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Das wissen wir ja, ne? So. Eine Million haben wir, zwei Millionen, drei Millionen. Jetzt geht's natürlich rasant hoch hier. Und, ja, da bin ich mal gespannt hier. Vielleicht sollten wir echt mal noch auf Arzneienzug gehen, ne? Damit das ein bisschen schneller geht hier. Ah, ne, wollen wir gehen erstmal auf Luft zwei? Haben wir das schon? Ne. Doch, haben wir tatsächlich. Da müssen wir auf Wasser zwei noch ein bisschen sparen. Damit wir da auch endlich schneller vorankommen. Das ist ja echt ein bisschen low. Bam, Wasser zwei drin. Jetzt kannst du losgehen. Wir können natürlich noch ein bisschen gucken, dass wir noch genügend Punkte bekommen. Dass wir unsere Pilzspuren setzen können hier. Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. Ähm. Tatsächlich nur ein DNS-Punkt. Nehmen wir doch direkt mal eins rein. Und direkt haben wir hier oben und da hinten und da oben überall was infiziert, weil die Spuren halt überall rumfliegen. Das ist natürlich sehr gut. Und das entwickeln wir natürlich zurück. So. Joa, das kann noch ein bisschen dauern, bis wir die Menschheit angesteckt haben. Darum würde ich sagen, spulen wir noch ein bisschen schneller vor hier. Nicht, dass wir uns langweilen hier. Das wäre ja sonst nicht so toll, ne? Denn nicht wieder, dass es zügig vorangeht hier mit den Ansteckungen hier. Das ist natürlich sehr wichtig. So. Wir haben gelesen vorhin, die Arznei hemmt ein bisschen unseren Fortschritt. Darum würde ich sagen, gehen wir als nächstes auch mal auf die Arznei. Damit es hier auch ein bisschen schneller vonstatten geht. Und Spuren 1 war auch nochmal rein hier. China. Das ist sehr gut. Das macht einen großen Teil der Erdbevölkerung aus für uns. Das ist sehr gut, dass das jetzt angesteckt ist. Es geht hier nämlich mega schnell voran einfach. Und natürlich Kälte 2 nicht vergessen. Mann, wir kennen es ja. Wir sind schon gute alte Veteranen, gute Profis hier. Dann lassen wir uns natürlich nicht lumpen. Was ist da denn gerade explodiert in China? Alter, Quas, Mann. Die sind instant angesteckt alle. Und keiner weiß warum. Super. Also Kälte 1 und 2 rein. Und vielleicht nochmal ein bisschen Vögel rein, oder? Das reicht aber erstmal. Ausschlag haben wir direkt auch noch am Start. Machen wir auch zurückentwickeln hier. Easy peasy lemon. So. Ja, also der eine oder andere wird wahrscheinlich traurig sein, dass das Projekt dann bald zu Ende ist, ne? Kann ich verstehen irgendwo. Aber es wird auch mal Zeit für neue Sachen, ne? Muss man auch mal so bedenken. Neue Sachen werden kommen. Und da kann man die alten einfach auch mal abschließen. Ich meine, wir haben echt jedes Szenario gemacht. Das ist, äh, krass. Jedes Szenario haben wir gemacht. Alter, was ist denn da oben passiert? Norwegen geht ab, ey. What the heck? So, Symptome hier. Husten, oder was? Übelkeit zurückentwickeln. Easy peasy. So, weiter geht's nach Europa. Kälte 2 haben wir schon. Da müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Wir können einmal nochmal den Pilz sprechen lassen, glaube ich. Warte mal, machen wir das mal Stufe 2. Und zack, sind wir da unten gelandet in Marokko. Wunderbar. Ja, ich glaube, eigentlich kann man das jetzt einfach nur noch laufen lassen, oder? Ich meine, mit 89 Punkten. Da macht's ja eigentlich nichts mehr verkehrt, oder? Wir können natürlich nochmal den Kreis hier vollenden. Ich weiß gerade, 8 kostet das, 9. Ja, das ist schon ein bisschen teuer, ne? Warten wir mal kurz ab. Oh, das hat sich ja ein bisschen gelohnt. Es gibt nämlich, wenn man das ganz ausfüllt, den Kreis, gibt's nämlich die Fähigkeit. Da sprüht das echt krass über die ganze Map einfach rüber. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht mal, ne? Ich meine, guck mal, wie gut wir dabei sind einfach. Wird wahrscheinlich eine kurze Folge, falls wir das jetzt hier noch positiv hinbekommen. Haben wir denn alle Länder? Ne, Polen tatsächlich fehlt noch. Und Neuginia und Philippinen auch, ja? Karibik auch. Also vielleicht lohnt sich das doch noch kurz, den Pilz noch kurz, äh, zu Ende zu skillen hier. Die Reihe zumindest. Hier, zack und zack. Ja, äh, Spurenruptionen. Seuchen-Spuren werden in einer Explosion in die Luft abgegeben, Alter. Ja, krass. Und jetzt machst du wahrscheinlich Bäm. Badam, Alter. Instant alles angesteckt einfach. Und jetzt sollten wir echt sparen. Das ist jetzt echt nur noch eine Sparsache. Eine Sparmaßnahme hier, damit wir am Endeffekt halt, wie gesagt, die Symptome noch ein bisschen weiterentwickeln können. Und sonst ist es eigentlich hier durch, glaube ich, ne? Sonst kannst du ja eigentlich echt nichts mehr verkehrt machen. Müssen wir nur noch kurz auf Kanada warten. Das ist immer ein bisschen schleichend, Kanada, ne? Ja, nochmal vier Punkte in den Rachen geschoben, auf den Nacken geklatscht hier. Das freut mich. Ah, ja. Schön entspannt heute. Ein bisschen Plague spielen, Alter. Ist auch mal schön, ne? So, zurückentwickeln. Die Schlafstörungen brauchen wir natürlich nicht. So, Kanada. Machen wir ein bisschen hin. Nee, wir wollen ja ein bisschen hier vorwärts machen heute. Wir wollen heute noch Plague durchbekommen, wenn es geht, ne? Ah, ist gut. Das ist ja nicht mehr viel, wie gesagt. Ja, aber das, äh, das läuft gut. Ich bin gespannt, was das nächste Szenario sein wird. Dieses Xenophobie oder sowas. Hört sich ein bisschen vielversprechend an. Und wird, glaube ich, nicht einfach werden. So, die letzte gesunde Person ist angesteckt worden. Wir warten nochmal, bis es, ähm, mutiert, damit wir ein bisschen Punkte sparen können. Ist zwar nicht notwendig, aber man will ja nochmal auf Nummer sicher gehen. Noch drei Punkte in den Nacken oder in den Drachen geschoben. Nice. Sehr großer Vogelzug. Das ist jetzt auch nicht mehr notwendig. Denn wir haben alle Menschen angesteckt. So. Kommt jetzt nochmal eine, eine Mutation von Pilzen her, oder? Ja, eher nicht, ne? Dann machen wir das selber. Komm, dann machen wir jetzt auf die Lunge nochmal. Husten, Lungenentzündung. Ja, das kennen wir ja alles. Koma und was weiß ich nicht. Alles hier noch kommt. Nee, das ist echt hart. So, wir haben es aktiviert. Neue, unscheinbare Krankheit. Breitet sich aus. Schlafstörung. Dankeschön. Bisschen spät, aber passt. Und erster Todesfall in Angola. Ja, es geht natürlich, Ratz, Ratz geht's hier hoch, ey. Ah, die Landesgrenzen könnt ihr von mir aus jetzt noch offen haben. Das bringt euch gar nichts mehr. Ein Heimittel dürfte auch schon zu spät sein, obwohl die relativ zügig vorangehen. Ja, ja, ja. Die Meldungen kennen wir alle mehr als auswendig. Ja, genau. Auf der Beobachtungsliste sind wir auch noch. So, Japan ist führend. Jetzt können wir natürlich diese kleinen Bläschen da wieder aufsammeln. Das bringt natürlich nicht so viel, aber ein bisschen was. Alter, diese Meldungen immer. Aber es ist unglaublich, ne? Ich würde ja am liebsten ausschalten irgendwo, aber es geht nicht. 25% haben die Forscher. Aber das reicht natürlich um Längen nicht. Gegen unser krasses Virus, oder gegen unser krassen Pilz eher gesagt, haben natürlich keine Schnitte die Forscher hier, ne? Er kann so direkt den Sarg quasi schon mal vorfertigen lassen. Damit man sich schön ins Grab packen kann dann, ne? So, ganz easy peasy Lemon. Würde ich sagen, haben wir das heute gemeistert. Ich denke mal, die kommen noch auf die 50% die Forscher. Das sind natürlich keine doofen Forscher, das sind natürlich sehr kluge Menschen. Und die machen das kurz auf 50% noch wahrscheinlich. Ja, auf halber Strecke versagt. Hört man nicht gerne. Aber ist nun mal Tatsache gerade. Das war's mit dem Szenario, nice. Wir haben noch fast 100 Punkte übrig. Boah, da bin ich schon wieder ein bisschen hyped, ne? Auf die nächste Folge dann, Leute. Das ist natürlich geil, ey. Jetzt sind sie wieder auf 50 gerutscht, ey. Das tut mir leid für die Forscher, ne? Ja, das war's. Nice, Leute. Würde ich mal sagen, Hashtag Skill, oder? In die Kommentare. Und wir kommen noch auf die 100 Punkte. Ne, 99, sieht man einen an, ne? Dann gönnen sie sich, gönnen sie uns die 100 Punkte nicht mehr. Schade. So, die ganzen Meldungen hier kann man natürlich auch noch mal einblenden. Aber das ist alles zu spät, Leute, ne? Ihr seid jetzt echt so die letzten Leute, die hier noch ums Überleben kämpfen, irgendwie. Aber das bringt euch ja nichts mehr. Oh, guck mal, 100 Punkte haben wir auch noch erreicht. 103 Punkte. Als abschließende Worte kann man sagen, sehr gut gemacht, sehr gut gespielt. Kann ich mich natürlich in der ESL League eintragen lassen, einfach, ja? Weil ich einfach der King bin. Ne, Quatsch. War natürlich nichts mehr. War nicht... Mit dem Pilz ist es einfach nicht schwer, muss man sagen, ne? Es ist echt nicht schwer mit den Pilzen. Aber ich wollte auch mal was anderes noch machen. Nicht immer Bakterie und Pipapo. Sondern einfach mal diesen Pilz ausprobieren, ne? Es ist schade, dass es keine Vorgaben gibt, so in den Szenarien, dass man nur das oder das spielen darf. Das wäre eigentlich ein bisschen interessanter noch. So. Lucian Pilzus hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Vielen Dank. Wir haben eine Bewertung, nur ein Sternchen bekommen. Aber das stört mich nicht allzu sehr. In der nächsten Folge, in der letzten Folge wahrscheinlich, kommt Xenophobie, liebe Leute. Und dazu aber mehr in der nächsten Folge. Bis dahin. Euer Luci. Haut rein.